Ich grüße euch Leute und willkommen zurück hier bei unserem Let's Play von Tales of Arise. Wir sind immer noch im Schloss Delpharis. Letzte Ausgabe, reine Battle-Folge gewesen. Wir haben ordentlich Level gemacht und auch das ein oder andere gute Zeug eingesammelt. Das wollen wir hier gar nicht mal so unter den Teppichkern, meine Lieben. Und wir haben die Zugbrücke runtergelassen. Und gehen hier in die nächste Ebene, meine Lieben. Ach, da werden wir natürlich gleich begrüßt, haben keine HP mehr weiter. Sehr gut. Und drauf auf den Vogel. Schön die Leiste oben halten. Ja, Mann. Das war sehr gut. Damit ist der erste nämlich schon weg. Ah, war die Leiste weg. Sehr gut. Oh, siehst du, wir können nicht mal mehr Pfirsichgelee aufnehmen, weil wir schon so viel haben. Verwendet mal hier Glamour 1. Wart alles HP. Gut, was wir eh nicht haben. Oh, wir haben ausreichend FP. Ich muss echt mal die Attacken ändern. Aber ich bin einfach so im Flow. Oh Gott, 3? Den Ehen, wo es wichtig war, den hat dann der Gefahr voll. Oh, wieso ist die Leiste nicht oben geblieben? Schaffe ich es nicht? Schaffe ich es nicht? Ah, komm, wir machen es safe. Oh, wir machen es nicht. Oh, wieso war seine Leiste weg? Guck mal, hier ist schon die nächste Zugbrücke. Die haben wir schon direkt mit erledigt. Oh, Leute! Oh Gott. Hotel? Hotel? Wo ist die Eule? Scheiße, der war eigentlich da drüben, hat sich schon gemeckert, ne? Da oben! Oh, Leute, hier einmal alles auffrischen, wie geil ist das denn? Ich glaube, wir treten jetzt dem Lord entgegen, oder? Irgendeine Scheiße passiert doch jetzt. Das ist ein Ding in der Galp, ne? Oh, mein Gott. Hier ist es? Hier ist es? Hm. Ich bin mit dem Spiders, der Kerl. Weg, 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 weg. Der wird bestimmt Olo stürmen, da müssen wir aufpassen. Würde ich ja meinen Arsch drauf verwenden. Oh, er hat auf jeden Fall ordentlich Impact. Und drauf auf den Leerregel. Der erste Kern ist weg. Oh Leute, ich glaube, wir haben sehr gut gelevelt. Die Attacke von Kisara wollte ich eigentlich nicht machen. So, schon bei der Hälfte. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das passiert hier nicht. Du musst unbedingt an dem dranbleiben. Es kommt ein Zweter. Ich bin mit den, was ich gerade so kommen. Ja nicht. Da muss ich sowas. Ich bin mit den Mordern aus dem Platz. Wir achten auf den anderen Aya-Mala überhaupt noch nicht. Wir haben uns erstmal komplett Leben besorgt hier. Ich nehm Trank des Lebens. Boah, ich kann ihn. Gion ist down. Und los, wir müssen ja den Ehen hier bloß. Hat immer noch nicht. Irgendjemand hat einen Trank des Lebens für mich verwendet. Ist der jetzt Brotbrecher oder ist die Attacke aktiv? Ah, ich glaube jetzt haben wir einen. Jetzt drauf hier die letzten. Mit den ersten. Und der nächste. Der sprintet los. Ich habe so das Gefühl, hier sind vier Türme. Nicht, dass wir hier... ...der Stück von den Türmen... Oh, der Stärker. ...demonsten für mich verhältst du das hier. ... ... ... ... ... ... Oh! Der hat ordentlich Lebenspunkte. Okay, wir müssen unbedingt Orangengelee benutzen. Oder ein goldenes? Ich bin down. Scheiße. Der ist heftig. Der ist heftig. Oh, sie macht sie selber. Danke. Der ist heftig. 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 Da ist heftig. Der ist heftig. Das ist heftig. Ich habe dazu verletzt. MD-D Sä bogsägen. Was ist das? Ich glaube, es gibt es, aber... Du hast mich sehr interessiert, oder? Was ist das? Ja, das ist gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm... Ich will das. Es ist jetzt... Warte, Wollern! Hier ist ordentlich FP wieder bei rumgekommen. Der Chion hat Angriff plus 30 fertig. Was wollen wir denn dann? Resistenz oder Verteidigung? Ich bin für Verteidigung. 3-0 fertig, Elementarverteidigung. Oh, hier ist uns jetzt durch die Lappen gegangen. Hört euch das an, wir haben für sie nichts mehr. Müssen wir sie etwa mit in unsere kämpfende Truppe mal nehmen? Ich glaube, das sollten wir... Machen. Aber anstatt wem? Mal sagen, anstatt Lore. Mal sie mal mit. Näh, Kitarra... Sie haben, Sie haben etwas amit Rollstuhl mit einemtamperten Schein. Sie haben etwas über Kosten für sich für einen Autohol. Einmal für unsere務 und den Alter geteilt. Aber sie haben auch αναanlebtesnen, nur sie sind, sich um einen Körner zu erinnern. Aber er hat sich auch nicht gemacht. Also ist es, wenn Sie die Waffe in Deutschland vielmehr einzeln. So, jetzt müssen wir etwas machen. Sie haben uns gesagt zu mir, Sion. Sie haben uns gesagt, das habe ich gesagt. Aber sie haben sie gesagt. Aber ich möchte es jetzt mit dem Sion? Das stimmt erstmal. Pauschal können wir erstmal nur zur Seite stehen. Goldene Gelee, warum wohl? Normalen Omega-Elex hier Oder Items Dachgeschosskorridor Oh, auf dem Dach passiert aber der meiste Scheiß Wir wissen es, Leute Oh, oh Na, wer ist was mit ihr? Das wird sie alles klären. Ich glaube, da ist der Fight gleich. Ich würde gerne mal... Oh, ich hier nicht durch. Oh. Oh, das ist gut. Ich würde sagen, dass ich das Leben von Menschen verabschiede. Alle... ... haben Sie sich vorbereitet? Ja. Das ist das Ganze. Natürlich. Ich bin Angst, aber ich muss es nicht machen. Ich komme hier nicht durch, ne? Aber ich lerne bestimmt dann erst noch was und dann kann ich da irgendein Scheiß. Wartet der Kampf gegen den... Na, wir müssen es probieren. Oder ich mache sicherheitshalber nochmal einen Speicherstand vor. Toi, Toi, Toi wünsche ich uns. Wartet der Kampf gegen den Mann. Wartet der Kampf gegen den Mann. Wartet der Kampf gegen den Mann. hmmm Level 35 Leute, das haben wir! Hier stoppe ich ihn Dora Lim Dora Lim ist wichtig Dora Lim Dora Lim Losweich Ich nehme mal in Pfirsich Gelee um ein bisschen HP zu sparen Die sitzen aber auch zu Schläge von ihm Schau Ah, wenn er rumtänzelt, muss ich die Sarah mal von... Das Problem ist doch mein Team nicht so. Hunrin will unbedingt aufheben, haben wir gerade gemerkt. Jetzt ist es eine Glocke. Die sich mal reduzieren können. Denn jetzt beginnt es nicht, sondern nicht. Ich werde es angehen, und kümmer mich einfach nur für sich! Ich bin ein Vergnügen. Deine Krankheit, das geht heraus. schau an guck ich wollte ich wollte Oh, das ist es! Oh, oh! Okay. Ich probiere jetzt das erste Mal mit der Hohenzweite angepackt. Ich bin eingefroren. Ich komme nicht an ihn ran. Ich bin so weit weg. Ausbrecher, warum alles nicht mehr? Die Rinnwelle ist dauernd. Was mache ich denn jetzt? Muss ja hier mal. Jetzt. Oh, ich habe gedacht, das Zeichen ist... Oh nein, ich habe Rinnwelle vorhin schon genommen. Oh, das ist so. Oh, das geht schon wieder los. Ich weiche bloß aus. Oh, das ist ganz ein bisschen der Rinnwelle, bloß mir hinterher. Oh nein, Rinnwelle. Okay, wir haben aber noch HP. Björn kann quasi Auferstehung noch drücken. Leute, wir haben es nur begleiten. Ja! Das rumgezapple, ey. Was soll's das wirklich gewesen sein? Das rumgezapplaus, Börlern. Das rumgezapplaus. Das rumgezapplaus. Das rumgezapplaus, Börlern. Das kam nicht der Rinnwelle. wie wir. O-K-A-Y? Was ist das? Was ist das? Nicht nur Arfen. Warum gibt es den Kursen von Vorlern? Was ist der Kursen der Kursen? Was ist der Kursen der Kursen? Die Renea wurden auch verarscht. Es geht weiter. Ich fass es nicht. Also sobald unsere HP verbraucht sind, glaube ich hier wirklich Zeit für ein goldenes Gelee. Vielleicht sogar jetzt schon. 100% HP von allen. Wir machen jetzt erstmal goldene Gelee. das gefühlt nicht mein level wenn du diese attacke von nahen machst das wäre dumm wie soll ich ihn wir haben kein trank des lebens wäre und nichts wie soll ich ihn stoppen Ich kann nicht einschätzen, wann er irgendeine Scheiße machen will. Weg, 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 er macht seine Scheiße. Ich habe nicht mal ein Viertel. Ja, jetzt ist Shion down und damit haben wir natürlich das größte Problem überhaupt. Geh, weg, 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 weg! Das war's für heute. dadurch lebe ich tatsächlich wieder mal kurz wenn ihr so ein kraft schmanker wir brauchen hp es ist jetzt hier soweit wir müssen alles nutzen was wir haben die und so rinwald ist attacke und drauf und wir haben nur ein omega elixier ich muss was nehmen wir haben mehr als die hälfte und wir haben auch die hälfte Boah lieben, hilf uns! Auf auf den Vogel! Boah lieben! Bimbel! Wie übermütlich wärm, wir bleiben hier ganz cool, wir bleiben ganz cool! Ja, schick mal 4 noch down! Was ist das Kiat? Er kriegt sie noch durch! Okay, Abstand, Abstand! Wir haben ihn! Gott war der schwer! Aber war's das? Herrscher gegen Herrscher! Eppisch! Elfen! 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 Der Scher! Der Scher! Der Scher! Oh! Oh! We're going to push off the fight by... I can't get by... I can't get by... The win, win, win! We're going to win! We're going to win! I'm going to win! We're going to win! We're going to win! I hit you! I got to get some awesome! Das ist so eine geile Sau, Mann. Das ist so eine geile, Frau. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Arnhem, nach hinten! Was ist das? Ich bin... Ich bin... Du bist... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Master Core! Das ist ein Master Core! Es ist ein Master Core! Es ist das? Es geht vom Eisbord nach Zwang! Dem后- Lai-gest in Dami! Lai-gest in der Schmerzen her, Lai-gest... Was ist das, was du sagst? Aber ich... Ich bin... Geh, du hast... 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 Also hat so den ganzen... Kern noch... Das Dunkel... Der Dunkelheit-Meister-Kern... Gefehl. Verstehe ich das richtig? Und Shion ist die Jungfer. Ich denke, das ist diese Naori, oder wie sie hieß. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier nach Lenegis, oder wie das hieß. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier nachdenken. In dem Spiel ist alles laut, außer wenn so eine schöne Musik kommt. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier nachdenken. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier nachdenken. Ich glaube, wir müssen hier nachdenken. Ich glaube, wir müssen hier nachdenken. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier nachdenken. Ich glaube, wir müssen hier nachdenken. 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 Und dann gucken wir nachdenken. Wir müssen hier nachdenken. Wahrscheinlich. Und dann wählen die Tür. Und dann dürfen wir nachdenken. Wir müssen hier nachdenken. Und dann keine Ahnung. Ich denke, wir müssen hier nachdenken. Das ist gut. Und dann kommen wir nachdenken. Und dann kommen wir hin. Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Hissara? Ich habe auch eine Angelegenheit in Mennantia. Aber ich konnte mich selbst entscheiden, dass ich selbst selbst wähle. Ich habe auch keine Angelegenheit in diesem Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will nicht mehr, was ich nicht mehr, was ich nicht mehr. Entstanden. Dann, erst mal, was ich zu tun? Ich bin zuerst. Ich bin zuerst, aber ich werde auch Sion zu hören. Was ist das? Ach, des Herrschers. Der List? Wir müssen unbedingt mal unsere Attacken bei Elfen mal so machen. Angriff plus 50, oh meine Fresse ey. Bei ihr fehlt mir. Guck mal hier oben. Observatorium? Okay. Will ich hier nochmal rausgucken? Geht nicht, wa? Schade. Schade. Leute! Ey. Der letzte Lord ist gestürzt. Ähm. Das Video hat mich verwirrt, bin ich ganz ehrlich. Ähm. Weil ich nicht so richtig weiß. Was? Okay. Hier mit den Renean oben in ihrer Kugeldote hier. Dieser Mond oder was auch immer das ist. Lenegis oder wie es hieß. Da reiht man bestimmt nochmal ein. Schion ist die Jungfer. Ich dachte eigentlich das ist ja diese Naori oder wie sie hieß. Oder einfach nur weil sie eine Nachfahrin von ihr ist. Wird dieses Jungfer Ding wahrscheinlich weitergegeben. Ne. Ähm. Dieses Renas Almas. Ding jetzt in dieser Meister der Meisterkerne. War jetzt dieses Dunkelheit Ding noch mit dabei gewesen. Leute. Sehr viele Fragezeichen. Ähm. Ich denke aber mal. Schon durch das Gespräch mit Schion wird sich das klären. Machen wir aber das nächste Mal. Weil ich glaube hier erwarten uns jetzt einige Dialoge. Und das würde diese Folge auf jeden Fall sprengen. Aber. Ihr seht es ja dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke dass er da war. Und ich würde sagen wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.